Okay, eine Red Ribbon Armee Forscherin desertiert so einfach. Mein Gott, diese Armee ist echt zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Ist ja furchtbar. Okay, da oben ist Trunks. Na gut, dann gehen wir mal nach oben. Los geht's. Yeah. Mhm. Mein Gott, die Red Ribbon Armee ist echt zu nichts mehr zu gebrauchen. Die Leute desertieren, wann sie wollen. Oh Mann, damals in Klassik, da hatten sie noch wenigstens irgendeine Funktion. Die Cyborgs sind auch nicht so das wahre. Furchtbar. So, cool. Und tschüss. Geht down, Mann. Junge, ich will überhaupt gar kein Kamehameha machen. Ich will ihn anchargen. Ja, meinetwegen macht das halt. Nice, sehr gut. Ja, okay, so kann ich ihn auch anchargen. Nice, 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 nice. Ordentlich einen auf die Fresse geben. So muss das sein. Giniu, hallo. Na, Captain Giniu. Ey, ey, Junge. Was ist los bei dir, Bruder? Hä? Komm ruhig her. Tschüss, Sam. Und weiter geht's. Komm, ich geb dir richtig auf die Glocke. Junge, was ist denn da los? Meine Güte, Freundchen. Was ist los? Ja, und tschüss. Komm, 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 komm. Nein. Bullshit. Sehr gut, eine Zetsubohne. Gib mir das. So. Oh, perfekt. Na dann, los geht's. Ja, nein. Hör doch mal auf mit dem Kram. Danke. Eigentlich wollte ich zu Kralin wechseln. Kann ich, glaube ich, nicht. Na gut. Da muss es halt anders gehen. Komm, 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 komm. Ja, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der bekommt ordentlich auf die Fresse. Nein. Enrage an. Und... Oh, scheiße, Alter. Das geht immer auf den Keks. Die Nummer, Mann. So. Oh, Schnauzezahel. Nix gibt's. Yeah. Nice. Kralin ist eine Stufe aufgestiegen. Okay. Was? Warning? Boo. Oha. Ein Klon von Kid Boo, dem Zerstörer der Erde, ist erschienen. Er hat das Feld eines Gegners übernommen und absorbiert diesen, um sich zu verstärken. Er ist ein mächtiger Gegner, aber wenn du ihn besiegst, erhältst du tonnenweise Erfahrung. Leg dich mit ihm an. Wenn du glaubst, du hast das Zeug dazu. Ja gut, aber meine Züge, ne? Da weiß ich nicht, ob das zu klug ist, aber... Erstmal gehen wir zu Tenchinghan. Ja, ich weiß. So. Los geht's. Ja. Ginyu, Nappa und Tenchinghan. Na dann. Ich werde euch vernichten. Weil ihr nichts könnt. Hm. Jetzt hab ich noch so ne große Klappe, ne? Oh. Ich merke aber grad, wir sind nicht vollständig regeneriert. Furchtbar. Warum nicht? So. Tschüss. Komm ruhig her. Nein. So. Alter. What the fuck? So ist es bei dir. Bruder. Warum wechselst du Klai dich aus? Komisch. Okay. Nappa, Nappa. Bei Papa, Nappa. So. Tschüss. Scheiße. Blöd, Mann. Junge. Halt die Goshen. Enrage an und ab geht's. Sehr gut. Und weiter. Immer feste drauf da auf die Ömme. Scheiß Mistkerl, Alter. Was ist denn da los? So. Tschüss. Appa, Appa. Bei Papa, Nappa. Down. Nice. Und weiter geht's. Ginyu. Na, was geht bei dir? Brudi. So geht's ja nicht. Also wirklich. Nein. Hier, nimm das. Shazam. Nein. Ich hab wieder die falsche... Ich hab wieder die scheiße... Die scheiß Taste gedrückt, Mann. Die ich nicht drücken wollte. So. Tschüss. Nein. Was ist das Block? Machiert der den Kack? Furchtbar. Alter. Sag mal. Der macht echt Tutorial-Aktionen. Kann das sein? Das ist ja doof. Die sollen mal endlich richtig kämpfen. Das ist dann auch was schwieriger. Hm. K.O. Bonus. Naja. Ich mein, wenigstens lassen sie mir die Wahl. Ob ich sie nur besiegen kann oder das Tutorial machen möchte. Die hätten auch einfach sagen können, ich muss das machen. So. Kit Buu. Dann machen wir mal Kit Buu. Einfach mal platt. Hehehe. Los geht's. Ey, der ist schon Level 13. What the fuck? Eigentlich dürfte ich gegen den gar nicht gewinnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Los geht's. Oh mein Gott. Ich bin doch immer nicht geheilt. Was für ein Kram, Alter. Oh Gott. Enrage. Nix, Junge. Was stimmt mit dir nicht, Bruder? So. Tschüss, Slashhammer. Komm ruhig her. Junge. Oh, guck mal. Kein Tutorial. Da ich sowas mal erleben darf. Komm ruhig her. Oh, die Musik ist so geil, ne? Hätte ich echt nicht gedacht. So. Komm her. Shazam. Und weiter. Er macht falsche Attacken. Nämlich die, die er nicht soll. Was machst du da, Goku? Irgendwas läuft hier falsch. Nein. Komm, ich kann das auch so machen. Und tschüss. Ab in der Luft. So. Das war's. Tö, 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 tö. Sehr nice. Oh yeah. Okay, yo. So. Jetzt die Frage. Wie gehe ich da oben lang, ne? Na gut. Erstmal Zell. Wird schon werden. Yeah. Tö, 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 tö. Äh. Hm. Zell, Ginyu und Nappa. Wie kann ich mich heilen, ist die Frage. Oder heile ich mich nach jedem Kampf? Hm. Das hätte ich vielleicht mir doch mal anschauen sollen. In Tutorial-Form. Aber okay. Yeah. Enrage. So. Tschüss. Komm her. Erstmal musst du dran glauben. Nein, Mann. Total verschwendet. Unglaublich. Jetzt bin ich sauer. Oh, tschüss. Nice. Kann man machen. Sollte man machen. Und weiter. Und tschüss. Danke dafür, mein Freund. Ey, jetzt. In der Luft, weiße. In der Luft bin ich daneben geflogen. Unglaublich. Junge, was ist los bei dir? Bruder. Tschüss. So. Jetzt mal Schluss hier. Geh jetzt weg. Und tschüss. Was? Wende das Blatt mit. Warum? Ah, okay. Äh, ja. Kann man auch so machen. Sehr, sehr doof. Ich stehe nicht, was sie wieder von mir wollen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Nee. Die Tutorials sind alle doof hier. Bitteschön. Yeah. Sehr, sehr nice. Und tschüss. Und tschüss. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh down. Nice. Oh, 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 oh. Nappa. Hapa, Hapa. Pai, Papa, Nappa. Komm schon, geh down. Junge, was stimmt mit dir nicht? Ja, nice. Hallo, Traleon. Was geht bei dir? So, Shazam. Und tschüss. Ja, nice. Komm ruhig her. Werde ich doch mal diese blöden Tutorials, Mann. Yeah. Yeah. Sehr schön. Kralin ist aufgestiegen. Nice. Superkrieger-Story, Kapitel 5. Piccolo lebt wieder. Na zeu. Ait while muh-ma-ku-chikara-tsukar-etis-kara-etis-kara-etis-kara-etis-kara-etis-kara-etis-kara-etis-kara. Hoch, ho, ho! Haben Sie richtig. Frizo, Sie haben die Runde gesehen, aus遠 und verabschiedet. Das war's für mich. Oh, 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 soですか,実はですね 私の忠実な部下達が面白い情報を仕入れてきたのですよ お前の忠実な部下というのは あのおかしなポーゾーと連中のことか Ich bin ein interessierter Wettbewerb, und das ist er eine interessante Zeit. Das ist ein interessierter Wettbewerb. Der Wettbewerb ist ein interessierter Wettbewerb. Das ist dein Wettbewerb. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Und das ist das Wettbewerb. Das war's für mich. Was ist das? Wer spricht in deinem心? Ich werde darüber sprechen. So, so! Ich komme! Ich komme sofort! Ich bin der敵! Der敵? Wo ist das? Ja, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich wäre ja dafür, dass wir den guten Vegeta hier unten platt machen. Also, los geht's! Nee, Trillian wird nicht der letzte Livestream von mir sein. So, wir streamen nämlich hier nur immer live auf Let's Play. Gehen wir auf Twitch.tv und machen ja hier mal die Tech-Live-Let's Plays. Also, los geht's! Komm schon, wir müssen den Vegeta-Klon hier wegkloppen. Oh mein Gott! Yes! Sehr schön! Ah, jetzt geh doch mal down hier. Vegeta, du bist so ein Schlappschwanz. Furchtbar. Yeah! Was geht? Natürlich hauen wir Vegeta ein. Ach, wir haben Schuh ein auf die 12. Wir haben Vegeta ja gerade schon besiegt. Dann kommen wir Enrage und fertig. Ab dafür, Mann. Junge! Junge! Was ist denn mit dir los? Was ist denn hier los? Komm her! Ich bedräng dich, Junge. Ich hab so auf die Beta gesuchtet, ne? Jetzt ist Schluss hier. Komm, ab mit dir. Und zack und whams! Jetzt fahrt zur Hölle! Junge! Was stimmt mit dir nicht? Was zur Hölle? Nein! Sei die Kack-Bollskralle, Mann, Digga. Oh, ne Witz! Was ist da los? Oh, tschüss, Yamshu! Und hallo, Tenchinghan! Ah, es geht bei dir, Brudi! Hohohohoho! Und down! Oh, nice! Und Shazam! Komm, ich bin hier in der Luft, Jetschen! Junge! Was ist los bei dir, Bruder? Und tschüss! Nein! Na, dann halt nicht! Ja, sehr schön! Du läufst auch noch da rein, du Trottel! Nein! Und down! Nein, natürlich noch nicht! Er hätte ja klappen können! Und tschüss! Ah, okay! Ja, nice, Traldion! Sehr cool! Hä, 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 hä! So! Wo gehen wir jetzt als nächstes lang? Hm! Ich würde sagen... Wir gehen... Ja, zu Captain Ginyu! Okay, wir müssen erst hierhin! Jetzt habe ich noch 18 Züge! Dann machen wir mal Captain Ginyu platt! Yeah! aber leider sind die gegner alle noch so schwach ist ja furchtbar ich mache die alle so platt es gibt es doch gar nicht was los was los was los mit dir komm her was los raum und als goschnir er will sich wehren er will sich wehren junge ist ja klar wie viele betastunden ich hinter mir habe digga komm her nix komm ruhig hermann so danke und tschüss sehr nice wie er einen kassiert hat hier ordentlich na komm komm ich mache auch so ne sei doch nicht so blöder spielverderber manches mal also wirklich ist ja furchtbar was ist ja jetzt los nix enrage an und mit dem enrage zum sieg wie du machst deine big bang attack dann bin ich aber sauer junge dein blöder feinde flaschen kannst du dir stecken lassen schluckt das geht doch nice und tschüss man alter was da los bruder geht down ten ching han los junge was los nein nein ja sehr gut und tschüss war zwar ehrlich gesagt nicht so geplant aber gut haben wir ihn halt anders gefistet und tschüss die waren auch so schwach was denn hier los ich habe die beta glaube ich zu viel gesuchtet